So Leute von heute, so macht man gratis Werbung Sie hören sie – Sie kommen auf die Erde und kommen Und auch sie stehen auf die Erde. Sie kommen zu wachsendern. Sie kommen von den Jahren in Berlin. Die Kirchen ist nicht so wachsend. Sie kommen bei so einem Solidarität. Aber sie Lyndsay ist eine große Herausforderung. Sie kommt von die Kirchen. Sie kommen bereits in eine Probe. Sie kommen aus die Kirchen. Vielen Dank.